Biss zum Anschlag! Boah, das ist ne Arschloch, ey. Kommt mal an. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt fahre er aber langsam raus! Langsam! Mach's doch mal langsamer! Hätte der scheiß Gurt nicht so gezogen, dann wäre ich noch schneller gefahren. Ich wusste nicht davon, dass der Gurt hat sich festgehalten. Ey, die reifen mal am Limit! Ja, am Auto wäre aber noch mehr gefahren, der hätte noch schneller gefahren. Boah, ich sterbe hier! So, jetzt fahren wir langsam, hier ist 120. Kann man ausmachen zu filmen!